Ey Freundchen, hör auf meine Eile anzumachen! Ich sag dir, ich hol dich kaputt! Verstehst du das? Verstehst du das? Ist dir das klar? Ey, ich mach dich fertig! Noch einmal meine Frau anmast! Ey, dann hau ich dich zu klump! So richtig! Verstehst du das? Ich bin nämlich vom Bau! Vom Bau! Und in Angst soll ich dir, wenn du sie noch einmal anfasst oder sie nur einmal dumm ankluckst. Du kannst aber glauben, Freundchen. Dann hau ich dich zu klump! Dann kriegst du eine Acht auf die Stirn! Kannst du aber glauben, ey! Dann hol ich meine Kumpels! Den Kalle und den Rolf! Und dann bist du tot! Also, Kumpel! Machst du sie noch einmal an! Fährst du sie noch einmal an! Dann kannst du davon ausgehen, dass du das das letzte Mal gemacht hast! Dass du überhaupt noch mal irgendwas angefasst hast! Verstehst du? Verstehst du das? Gib das in deinen Schädel rein! Freundchen! Das sag ich dir nur einmal! Ein verdammtes Mal! Du bist dann am Arsch! Stehst du das? Am Arsch! Kapisch! Abonnieren! Verstehen! Abonnieren!